Herzlich Willkommen zu unserem vorletzten Stunde bezüglich des Studiums des Jakobusbriefes. Wir nähern uns langsam dem Ende dieses Briefes und wir erkennen, dass der Jakobus ein sehr praktischer Brief war. Und wir können nur erwarten, dass er am Ende seines Briefes nochmals das zusammenfasst, was er sagen wollte und das Ganze letztendlich auf den Punkt bringt. Und wenn wir den Brief in der Sicht sehen, die ich versucht habe zu erklären von der Endzeit her, von dem Platz, den er spielt im Verlauf des Erlösungsplanes, dann ist das Ende dieses Briefes eine wunderbare Aussicht auf den Erfolg der Gläubigen, auf das Erringen des Ziels, was der Gläubige hat in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Es geht, die Betrachtung ist überschrieben, Gebet, Heilung und Wiederherstellung. Und wir wollen uns den Text vornehmen und ihn lesen. Es sind sozusagen die letzten Zusammenfassungen oder die letzten Ratschläge, die er hier schreibt, die das zusammenfassen, was er so vermitteln wollte. Wir haben letztens schon gesehen, der Vers 12. Ich lese nochmals, weil er besser zu diesen letzten Ratschlägen zählt. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallet. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennet einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken. So, um das Ganze sichtbar zu machen und verständlich, denke ich, ist es immer gut, dass wir uns die Sachen aufschreiben. So, ich nenne sie jetzt mal die Zusammenfassung oder letzten Ratschläge. Das heißt, es ist entscheidend, die völlige Kontrolle zu haben, über die Zunge. Und da er weiß, dass wir in einer Zeit leben, der großen Not in der Endzeit, so ist sein zweiter Ratschlag, der ja zusammenhängt mit dieser Beherrschung, dass er sagt, leidet jemand Unrecht. Das heißt, sind wir Unrecht. Das werden wir erfahren, das werden wir erleben. Wir werden viel zu Unrecht leiden, jetzt schon. Und die Zukunft wird sich zeigen, dass die Ungerechtigkeit zunimmt und das Volk Gottes wird sehr zu Unrecht leiden. So, leidet jemand Unrecht, was soll er tun? Er soll beten. Das ist ein großer Ratschlag. Er soll sich also nicht wehren. Er hat ja davor geschrieben, im Kapitel 5, Vers 6, dass die Gerechten sich nicht gewehrt haben, als sie verfolgt und gemahnt hat wurden, sie haben sich nicht zur Wehr gestellt. Wir finden das nirgendwo, dass die Christen, als sie verfolgt wurden, sich gewehrt haben. Konnten sie nicht fliehen, dann haben sie sich gestellt. So leidet jemand Unrecht, ist jemand in großer Anfechtung und Not, dann beten. Das ist ein großer Ratschlag des ruhigen Wartens, wie wir letztens gesehen haben, der, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Beten, wenn wir Unrecht leiden. Und dann kommt der dritte Vorschlag, und das ist natürlich jetzt die andere Seite, die schöne Seite, ist jemand guten Mutes? Das heißt, ist jemand fröhlich, hat er Kraft und Stärke und ist voll im Glauben, dann soll er Psalmen singen. Das heißt, das zum Ausdruck bringen. Es könnte aber auch sein, dass es so gemeint ist, dass wenn jemand Mut braucht, sollte er Psalmen singen. Weil im Zusammenhang des Kontexts ist es eher wahrscheinlich, dass der Jakobus darum in seiner Vision, in dem, was er beschreibt für die Endzeit, dass wir fröhlich sein sollten, dass wir guten Mutes sind, gute Hoffnung. So, wenn uns das fehlt, dann können wir Psalmen singen, weil die Psalmen werden uns stärken für diese Zeit. Ich habe mir schon vor einigen Jahren, als ich mir Rechenschaft gab, dass ich in der letzten Zeit dieser Weltgeschichte lebe und dass eines Tages die Probleme groß sein werden und mich herum Lieder auswendig gelernt, die besonders ermutigend sind in ihrer Natur. Und diese Lieder, diese Psalmen, die hat man dann auswendig. Man wiederholt sie hin und wieder, wenn man in einer Not ist, aber sie geben einem enormen Mut, wenn man in Not ist, nach guter Hoffnung. So, ist jemand und leidet Unrecht, dann bete er und fehlt ihm der Mut, würde ich sagen, dann singe er Psalmen. Er kann aber auch Psalmen singen, wenn er sieht, wie Gott ihn befreit oder ihm die Last hebt. So, wir können hier in diesem Text beides sehen. Das Singen der Psalmen ist sowohl ein Ausdruck der Freude nach einem nach einem errungenen Sieg, aber das Singen der Psalmen ist auch eine Kraft, die einen stärkt, wenn einem der Mut fehlt, wenn man ihn nicht mehr hat. So, das wäre zu Punkt drei, dann kommt Punkt vier. Ist jemand krank? so, was machen wir, wenn wir krank sind? Ist jemand krank, dann steht hier, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekenne einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So hier bei der Krankheit ist sich der Jakobus klar und gewiss. Er sagt, rufe die Ältesten damit sie für dich beten. Rufe die Ältesten, die sollen beten und salben mit Öl. Salben mit Öl. Und Jakobus ist sich bewusst der Ursache der Krankheit. Deshalb ist es die Notwendigkeit, dass der Kranke seine Sünde bekennt oder bewusst sich wird. Da er seine Sünde bekennt und man hat die Verheißung, dass sie wird ihm vergeben werden. wird ihm vergeben werden. Das ist ein Abschnitt, der viel Einsicht erfordert, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. ist. Es gab zu der Zeit, als er dieses Wort schrieb, keinen Zweifel, dass die Krankheit die Folge der Sünde ist. Aber heutzutage haben wir auch das nicht mehr so richtig als Definition drinnen, was ist Sünde. und so möchte ich auch das wieder klar machen, die Sünde ist der Glaube an eine Lüge. Der Sünde ist ein Irrtum des Geistes. Das ist genau das, was der Jakobus hier oder Gottes Geist durch den Jakobus schreibt. Er sagt in Vers 19 Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt in einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken. So der Jakobus hat die richtige Definition von Sünde. Er weiß, die Sünde ist ein Irrweg. Sünde ist die Folge eines Irrtums in unserem Geist. Und ich denke, wir haben das versucht, durch das böse Auge und durch das wahre Auge klar zu machen. Aber ich werde es nochmal in einer weiteren Skizze tun, wenn das unser Geist ist und er ist geboren mit dem bösen Auge dann ist das die Folge, dass er irrt, er täuscht sich, er weiß den richtigen Weg nicht, er denkt, er geht auf dem richtigen Weg, aber er ist letztendlich getäuscht. Das ist die Sünde ist der Glaube an eine Lüge. Ich meine, der Glaube, dass eine Lüge wahr ist, letztendlich heißt das, das ist der Irrtum. Wir sind gemacht, der Wahrheit zu glauben und jetzt ist die Sünde der Glaube an eine Lüge, vielleicht dass sie wahr sei. Man denkt, eine Lüge ist die Wahrheit. Das ist die Sünde. Deshalb irrt jemand ab von dem Weg der Wahrheit. Dann glaubt er anstelle der Wahrheit einer Lüge und damit ist er ein Sünder. Der Sünde begann so, wie Eva und der Adam glaubten dem Satan, dass er Recht habe. Deshalb fielen sie in Sünde und übertraten das Gebot. so, die Sünde ist der Glaube, dass die Lüge Satans Wahrheit ist. Und damit folgt man ihr natürlich blind und damit ist man auf einem Irrweg und daher sollte man zurückkommen. Es ist ein großes Vorrecht für mich als Arzt diesen Irrweg des Geistes zu erkennen an den Folgen die er lässt im Körper. Ich beschuldige oder ich klage niemand an der krank ist. der körperlich leidet als Arzt. Ich versuche jedem meiner Patienten klar zu machen, dass ihre körperliche Krankheit nicht eine Absicht ist. Das heißt nicht, weil der Geist absichtlich den Weg falsch gegangen ist, sondern dass er aus Irrtum einen Weg geht, der den Körper krank macht. Ich kenne kein Herz eines Menschen, ich weiß nicht, ob jemand etwas absichtlich oder unabsichtlich tut, ich kenne das nicht, aber ich weiß, der Weg der Sönder ist letztendlich ein Irrweg und er ist meistens ein Irrweg mit guten Absichten. Das bedeutet, wir haben das immer wieder gesehen, wir Menschen wollen das Gute und wir wollen es mit Gewalt, wir sehen aber die Gewalt nicht darin, also machen wir uns krank. Ich habe zur Zeit eine Patientin, die hat eine Stimmbandlähmung des rechten Stimmbandes und sie hat eine Not in ihrem Herzen eines ihrer Kinder ist depressiv mit 21 hat keinen Antrieb etwas zu tun er spielt den ganzen Tag oder spielt viel am Computer vielleicht in zwei Tagen in der Woche steht wieder auf und dann geht er wieder und liegt im Bett meistens er ist über 20 kann das kann diese Last krank machen absichtlich macht diese Mutter in ihrer Not sich absichtlich krank nein aber sie macht sich dennoch krank es kommt an ihr Stimmband nichts anderes als ihr Geist der es lähmt und deshalb müssen wir verstehen den Mechanismus der Krankheitsentstehung sie ist mit gutem mit guter Absicht sie ist in einer Zwickmühle sie möchte dass ihrem Kind es gut geht aber sie hat keine andere Möglichkeit ihm zu helfen aber könnte sie würde sie das heißt sie würde Gewalt anwenden um dem Kind es gut zu gehen aber diese Gewalt ist ihr nicht bewusst und so ist es entscheidend dass dem Sünder der ein Irrtum begeht nicht aus seiner bösen Absicht Nein aus einer guten Absicht tut er etwas was seinen Körper krank macht und das muss man ihm erklären das muss man ihm fähig machen dass er sieht auf dass er dann es bekennen kann und zu Gott gehen um es zu verändern der Irrtum in unserem Geist ist angeboren wir alle wie jemand sagte sind falsch gepolt wir sehen die Dinge nicht wie wir sollen wir sehen sie durch ein Auge das uns betrügt das uns in die Irre leitet nicht aus Absicht sondern aus Unkenntnis ja man kann auch so weit kommen dass man Dinge aus Absicht tut aber das kann ich nicht beurteilen wie auch immer es ist auch wenn die Absicht falsch sei so ist sie dennoch die Folge eines Irrtums weil auch der der absichtlich etwas Böses tut denkt er macht dadurch etwas Gutes aus der menschlichen Perspektive gesehen so der Betrug ist immer da die Sünde ist immer der Glaube dass man aus etwas Unwahrem aus etwas das nicht gut ist das Gute machen könnte oder besser ausgedrückt dass man glaubt dass die Lüge eine Wahrheit ist so niemand kann primär etwas dafür dass er geboren ist in dem Irrtum niemand niemand kann primär dafür etwas dass hier wo der körper ist dieser krank wird deshalb braucht er eine Hilfe er braucht jemanden der ihm hilft die Augen zu öffnen zu sehen was los ist und das ist die Aufgabe des Christen als Jesus seine Jünger berief in der ersten Predigt die er ihnen hielt und ihnen sagte was ihre Aufgabe ist da sagte er ihr seid das Licht der Welt ihr müsst der Welt helfen aus dem Irrtum herauszukommen aber wie soll sie herauskommen aus dem Irrtum wenn der Irrtum nicht ihnen selbst bekannt ist versteht ihr wie wichtig es ist dass der Gläubige kann einem Ungläubigen nicht helfen auf dem Weg der Wahrheit es sei denn er hat es begriffen und er setzt es in seinem Leben um er muss dafür noch nicht die Stufe der Reifung erlangt haben schon im Anfang als neugeborener Mensch kann man für andere das was man selbst erkannt hat schon weiter geben bis man hin zur Reife kommt aber wir müssen eines Tages zu dieser Reife kommen von dem wir letztes Mal gesprochen haben weil dann ist das Licht der Welt völlig da deshalb haben wir gelesen im Sprüche 4 Vers 17 glaube ich ist es wo sagt der Weg des Gerechten wird heller und heller leuchtet wie der Morgen wird heller und heller bis zum Mittag dann wenn das Licht komplett ist man ist schon im Licht wenn man neu geboren ist wenn man anfängt aber dann da ist nur ein Teil Licht geworden in diesem in diesem blinden Auge da ist vielleicht hier drinnen ja das ist Licht aber der Rest ist immer noch Finsternis der Rest ist immer noch nicht das was man sein soll aber dieses Licht das man hier erfahren hat das kann man sofort weitergeben für die die nicht einmal das Licht haben aber als Christ muss dieser Prozess vorwärts kommen das Licht der Wahrheit muss das ganze Auge füllen bis die Lüge völlig demaskiert ist und nur noch die Wahrheit uns antreibt und lenkt und wenn nur die Wahrheit uns antreibt und lenkt dann führt das nicht zur Folge von Krankheit weil dann ist man in seinem Geist frei auch gegenüber einem depressiven Sohn und man sieht seine seinen Teil darin dass man dem Anderen die Verantwortung gibt und ihm hilft mit Mitteln nicht der Gewalt sondern der reinen Überzeugung und der Geduld bis man an das Herz eines Menschen rankommt um ihm zu helfen aus der Not heraus zu kommen so lasst uns das ganz klar machen die Sünde ist die ist der Glaube an eine ein Irrtum was ist nicht Sünde man könnte es hier ganz deutlich schreiben ist der Glaube an die Wahrheit weil man die Wahrheit erkannt hat hat man nämlich die Wahrheit nicht erkannt bleibt man in dem Glauben an die Lüge und es gibt nur diese zwei Arten des Glaubens es gibt nur diese zwei Möglichkeiten und das Schöne ist dass wir erkennen können am Körper ob der Geist richtig tickt oder falsch damit kommt natürlich eine eine enorme Macht sage ich jetzt mal der Überzeugung da wird uns eine enorme Macht der Überzeugung verliehen wie könnte ich einem meiner Patienten seinen Irrtum gerade wie kann man der Mutter zeigen dass sie obwohl sie voller guter Absicht ist dennoch im Irrtum ist bezüglich ihres Sohnes wie könnte man ihr das anders beweisen außer dass ihr Körper der für die Liebe Gottes gemacht ist die Wahrheit ist gleich Liebe und Gerechtigkeit wenn man ihr nicht klar machen kann dass von ihrem Körper ausgesehen irgendwo in ihrem Geist ein Irrtum da sein muss der muss erkannt bekannt und gelassen werden damit der Körper wieder gesund wird das ist entscheidend diesen Prozess kannte der Apostel Jakobus ihm war das bekannt dass die Sünde ob was jetzt eine Sünde war ich tue etwas auf physischer Ebene falsch oder ich tue etwas auf geistiger Ebene falsch ist nicht das relevanteste es ist in beiden Fällen immer die Folge des blinden Auges des Glaubens an eine Lüge und das muss ich dem Patienten zuerst klar machen bevor Heilung kommen kann es ist also nicht in Gottes Absicht Heilung an ich sag jetzt mal wirkürlich zu vollbringen es ist also nicht in Gottes Absicht dass einem Menschen die körperliche Gesundheit wiedergegeben wird ohne dass er erkennt seine Verantwortung die er hat gegenüber seiner Gesundheit gegenüber seinem Leben deshalb ruft ja auch der Kranke die Ältesten ja die Ältesten sollen über ihn beten und Öl salben aber bevor sie zu diesem letzten Akt kommen kommt kommen die kommt der andere Akt der Erkennen des Bekennens des Fehlers so wir wissen dass im hebräischen Denken die Folgen zuerst beschrieben werden und dann kommt erst die Ursache der Folge deshalb beschreibt er auch hier jetzt erst die Folge des Ganzen und geht dann in den nächsten Versen zur Ursache des Ganzen deshalb finden wir im Vers 16 die Ursache und gehen wir noch ein bisschen weiter zurück dann finden wir im Vers 20 die Ursache für das was im Vers 16 und was dann danach oder davor schon steht so es ist eine Aufstellung man geht von der Folge auf die Ursache zurück das ist das hebräische Denken man geht von der Wirkung auf die Ursache deshalb steht die Wirkung immer vorne und dann erst folgt die Ursache wir mögen zuerst die Ursache schreiben und dann die Folge aber wir können aus dem Kontext ganz deutlich sehen dass das Bekenntnis der Übertretungen und das Beten füreinander damit ihr geheilt werdet nicht etwas ist das allgemein gemacht wird allgemein gedacht ist sondern spezifisch ja es mag sein dass es hier auch um die Heilung des Geistes geht aber hier geht es um die Heilung des Körpers hier sieht man das muss gesund werden das muss wieder hergestellt werden das blinde Auge muss ausgelöscht und dann wird auch der Körper gesund sein einer der großen Fehler in unserem Sünden Bekenntnis ist dass wir meinen wir müssen öffentlich bekennen das was wir falsch getan haben dem ist nicht so das was wir falsch tun im geheimen mit oder ohne Absicht das können wir und müssen wir nur Gott bekennen das was wir in der Öffentlichkeit tun das müssen wir an denen bekennen denen wir es mit getan haben in der Öffentlichkeit wenn es hier um ein Sündenbekenntnis geht dann geht es nicht darum dass wir in unseren Gebetsgruppen jeder anfängt öffentlich und laut seine eigene Sünde zu bekennen das ist nicht das was die Schrift lehrt die Sünde der Irrtum die Dinge die wir getan haben die uns krank gemacht haben die müssen spezifisch hier zum Ausdruck kommen mit den Ältesten zusammen damit man es vernichten kann damit man daraus herauskommt damit man beten kann um Vergebung und um Heilung so dieses diese öffentlichen Bekenntnisse die wir manchmal finden die eine Pseudo Erweckung meinen sind nicht gegründet auf einer auf einer richtigen Grundlage wenn jemand sagt oh ich bekenne dir ich habe was falsches über dich gestern gedacht oder ich habe dich falsch gerichtet das sind das sind Bekenntnisse die sind nicht richtig die sind falsch was ich in meinem innersten über jemand anders denke das muss ich nicht öffentlich tun um den anderen noch zu belasten mit meinen Gedanken das ist ein Grundsatz der nicht in Ordnung ist aber wir finden in manchen sogenannten Erweckungs Erlebnissen wo einer dem anderen seine Herzenssünde bekennt das ist nicht gemeint weil es nicht weil es nicht eine eine Erhebung zu Gott ist wir finden es nirgendwo in der Heiligen Schrift dass das irgendwo so gemacht ist nein es geht um Taten es geht um Dinge die offensichtlich sind die müssen wir bekennen und wir sollen schauen dass wir in der Bekenntnis der Sünde nicht in eine falsche Richtung gehen wo uns der Böse betrügt und unsere Gedanken die wir haben auf den anderen eine Wirkung haben die ihn dann zerstören weil er nicht weiß wie er damit umgehen soll was in unserem Innersten ist ist zusammen mit Gott zu tun das was wir in der Öffentlichkeit mit den anderen dass die anderen wahrgenommen haben dass es falsch war das ist wichtig dass wir es vor denen bekennen und wenn ich Patienten habe denen ich versuche zu zeigen den Irrtum ihres Geistes dann mache ich das nicht und sie müssen mir nicht die Sünde in dem Sinne bekennen sondern sie müssen ihrer nur gewahr werden aber hier geht es im Jakobus auch noch um die Gemeinde hier geht es um Menschen die noch nicht völlig sind und die rufen jetzt die Ältesten die ihnen helfen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen und für sie beten um Heilung Ich hoffe dass wir damit die Ursache Wirkung Sache der Krankheit verstanden haben dass wir verstehen es ist nicht ein absichtliches falsches Handeln sondern es ist ein mit guter Absicht falsches Handeln in den meisten Folgen in den meisten Fällen die Ursache der Krankheit das heißt es ist ein Irrweg den ich aber denke er ist ein Wahrheits Weg deshalb brauchen wir viel Verständnis und müssen uns nie anmaßen die die Finger zu heben jemanden ich sage es mal zu korrigieren außer dass wir versuchen als Licht ihm aufzuzeigen wo der Irrtum ist den er begeht und damit könnten wir ein sehr großes Werk tun in unserer Umgebung mit der Hilfe der Krankheit weil sie würde helfen dem Irrenden seinen Irrtum zu sehen aber da wir das heute so nicht verstanden haben so sind wir nicht sehr effizient in unserer Gesundheitsbotschaft wir haben eine sehr einseitige Botschaft der Gesundheit indem wir auf das physische hauptsächlich uns festlegen wir legen uns auch in der physis sehr auf eine Therapie fest aber gucken nicht nach der Ursache oder wenn wir die Ursache sehen dann sehen wir sie nicht als richtig die Ursache wir sehen zum Beispiel der Alkoholismus der zerstört jemanden ja aber woher kommt der Alkoholismus wir sehen dass jemand mit falschem Essen sich zerstört aber woher kommt das falsche Essen und deshalb ist es so entscheidend dass wir verstehen wir müssen an die Wurzel der Wurzel ja alles ist eine Kette von Ereignissen aber umsonst schneide ich alle Ketten ab und komme nicht als die letzte zu dem bösen Auge und das bleibt am Leben und wenn das böse Auge am Leben bleibt dann kannst du machen was du willst du wirst auf dem Irrweg bleiben du wirst im Endeffekt nicht das Ziel erreichen und Satan ist bestrebt alles oh er hilft dir sogar bei einem richtigen Lebensstil und er zwingt dich sogar das Richtige zu essen nur dein ich dieses blinde Auge möge blind bleiben und dann denkst du es ist alles gut nein in dem Falle wo du dann versucht wirst wo du Unrecht leidest wo die Anfechtung kommt die dein blindes Auge reizen wirst du dich trotzdem selbst zerstören ganz egal wie äußerlich physisch du meinst dich anzustrengen gesund zu leben wir müssen an die Wurzel der Ursache kommen nicht an ihre ich sag jetzt mal Stufen an die anderen Ketten ich wir müssen wissen das Problem ist dieses blinde Auge das ist das Fleisch wie es in der Bibel genannt wird das ist der alte Mensch und für diesen gibt es nur eine Lösung das Kreuz die Vernichtung die Offenbarung der Lüge wenn man es so will es muss in unserem Leben abgetötet werden alles andere wird uns nur stückweise helfen und uns nicht erlösen auch wenn wir vielleicht dadurch eine physische bessere Gesundheit haben für die Bibel und für das was hier durch den Jakobus geschrieben wird ist klar der Irrtum muss weg er muss bekannt er muss erkannt und bekannt werden und dann kommt erst die Lösung was schön hier steht in diesem Text über die über das Gebet der Ältesten sicherlich gibt es Voraussetzungen für den Ältesten der kommt und mit dem Kranken spricht der für ihn betet und der ihn mit Öl salbt das kann kann nicht jeder Mensch tun die Ältesten hier gemeint sind Menschen die ernst mit Gott gehen die eine Erfahrung haben im Wander mit Gott und sie werden hier als Gerechte benannt weil sie haben eine Fähigkeit im Glauben zu beten steht hier das Gebet des Glaubens so sie haben eine Übung in der Ausübung des Glaubens sie wissen und wandeln mit Gott das kann nicht jeder tun ich selbst bin nur einmal zu so einer Handlung gerufen worden und da ich sie habe sie noch selber nicht gemacht ich bin noch keiner sage ich jetzt mal Ältester aber ich durfte einen Ältesten begleiten und habe gesehen wie wie das abläuft und ich kenne von ja von dem Höheren dass das zumindest in unserer Gemeinde in manchen Kreisen recht häufig benutzt wird dass man die Ältesten ruft und sich salben lässt und über sich beten nur von dem was ich gehört habe und auch in dem Fall wo ich beteiligt war kam die Heilung nicht in den meisten Fällen kommt bei der Salbung die wir vorüben keine Heilung wir mögen dann sagen ja Gott mag entscheiden das ist richtig aber wenn ich hier in dem Text lese dann lese ich etwas das Mut macht das steht nämlich hier und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat so wird ihm vergeben werden bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander damit ihr geheilt werdet das Gebet eines Gerechten vermag viel wenn es ernstlich ist hier sehe ich dass der Jakobus von Erfolg spricht er sagt dass das passieren wird dass Gott durch den und der Herr wird ihn aufrichten und er wird ihm die Sünden vergeben genauso wie Jesus bei dem Mann der zu ihm hineingelassen wurde über das Dach der der ja Rheumerkranke würde ich jetzt sagen mit seinen ganzen verdrehten Gelenken der dem sagt ja deine Sünden sind dir vergeben als erstes und dann sind sie verstört die anderen um herum und sagt was ist was ist leichter jemanden zu heilen oder die Sünde zu vergeben beides ist dasselbe Werk und Jesus hat geheilt und hat dann gesagt aber gehe hin und sündige nicht hinfort nicht mehr deshalb war es notwendig dass man weiß wer trägt die Verantwortung für meine Krankheit sicherlich bin ich es nicht immer aber fast immer in den allermeisten Fällen in mindestens 95% der Fälle ist der Mensch durch seinen eigenen Irrtum krank und nicht durch den Irrtum anderer so deshalb ist es entscheidend zu sehen dass hier eine Perspektive beschrieben wird und ich sehe das in der Zukunft und ich sehe es im in Zusammenhang mit dem was wir in der Heiligen Schrift gelesen haben von dem Spätregen und hier wird das Werk des Elia benannt der war ein Mensch wie wir aber er hat etwas gehabt und das war eine Beziehung zu Gott ein Glaube der erhört wurde als er bat dass die Himmel die den Regen nicht mehr geben für dreieinhalb Jahre und dann dass der Regen wieder kam aufgrund seines Gebetes ja er musste ein bisschen beharren im Gebet bis die Wolke kam aber er hat sich nicht abirren lassen und sie kam und hier wird ein wunderbarer Text gesagt es steht so und er betete wiederum da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht weil sie bis dahin die Frucht nicht bringen konnte war ja kein Regen da übertragen wir das auf die Gemeinde Gottes übertragen wir das auf das Volk der Christen dann wird uns klar dass wir in einer tiefen dürre Zeit leben und wir brauchen das Gebet des Glaubens für Regen Regen ist das Werk des Heiligen Geistes der Wiederherstellung des Wachstums ja wir haben einen Geist damit wir wachsen und im Frühregen der die ganze Arbeit der Umkehr macht aber es kommt eine Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn ist uns ja verheißen des Spätregens und diese Erquickung vom Angesicht des Herrn von dem es steht geschrieben in in der Apostelgeschichte 3 19 das ist ähnlich vom Wortlaut wie hier im Jakobus sagt so und dass eure Sünden so tut nun Buße und bekehrt euch auf dass eure Sünden ausgetilgt werden damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen so hier sieht man den klaren kausalen Zusammenhang das heißt den ursächlichen Zusammenhang die Buße und Bekehrung und die Austilgung der Sünde die Austilgung des blinden Auges ist Voraussetzung für die Zeit der Erquickung so wir müssen verstehen solange dieses schwarze Ding in unserem Leben existiert solange es noch uns zum Sündigen verführt indem wir glauben an etwas was nicht stimmt solange das da ist werden wir nicht die Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn bekommen das ist der Regen das ist der Regen der der versprochen ist aber er wird erst kommen wenn diejenigen die für ihn beten ihre ihr Herz völlig leer ist von jeglichem Betrug dann kommt die Zeit der Erquickung und dann werden diese Ältesten die den Zustand erreicht haben die den Geist Gottes bekommen in dieser Richtung die werden dann kommen und sie werden im Namen des Herrn den Menschen salben mit Öl sie werden ihm klar machen wo sein Problem liegt und sie werden für ihn beten und der Herr wird ihn heilen weil das Gebet des Gerechten vermag viel wenn es ernstlich ist ich denke in der Zeit der Erquickung in der Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn wird es keinen Fehlschlag geben für die die bitten um Genesung weil die um Genesung bitten werden in ihrer Beziehung zu Gott so klar sein dass sie wissen für wen sie beten können und wer hat es erkannt dass sein Leben geändert wird durch dieses Gebet der Heilung Ja so wie damals die Apostel heilten und wir finden nicht wirklich außer dem einen Fall wo die Jünger den nicht austreiben konnten den Geist aus dem Jungen wo Jesus auf dem Berg der Verklärung war und sie stritten untereinander und waren eifersüchtig deshalb hatten sie keine Kraft das zu tun woher sie vorher Kraft hatten es zu tun wir finden dass die Gläubigen nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes in dem Frühregen in der Apostelgeschichte wir finden kein Versagen wir finden keinen Fall oder mir ist keiner bekannt wenn jemand weiß in der Schrift dass die Apostel gebetet haben und es ist nicht passiert dass der gesund geworden ist so es ist eine große Verheißung in diesen Versen und sie passt wunderbar in die in den Ablauf der Zeit wo dieses geschehen soll in dem Ausgießung des Spätregens wird es eine Macht sein die viel größer ist als die des Frühregens und die Apostel ich sage jetzt mal oder die Ältesten die in dieser Zeit leben die Elia mäßig unterwegs sind sage ich jetzt die werden beten sie sie werden den Menschen das Licht bringen sie werden die Herzen der Väter versöhnen mit ihren Kindern und die Herzen der Kinder versöhnen mit ihren Vätern ist das Werk und sie werden bitten für die Kranken und sie werden gesund das ist die Zeit der Quickung vom Angesicht des Herrn es wird ein großes Werk sein herrlich ohne Misserfolg weil es durch den Glauben geschieht aus einem Herzen das die Sünde ausgetilgt hat die Jünger konnten und haben versagt weil sie sich dem Bösen hingegeben haben und an eine Lüge geglaubt haben weil sie sich gestritten haben in der Nacht ihr Stolz kam hervor sie konnten das Werk nicht tun aber hier wo dieses blinde Auge tot ist wo es ausge gelöscht ist obwohl es existent ist aus dem Herzen des Menschen dessen Gebet wird klar sein es wird bitten und der Herr wird es erhören die Zeit der Erquickung ist noch nicht gekommen deshalb wenn wir diese Salbung durchführen haben wir noch nicht den Erfolg wir haben aber auch nicht verstanden was den Menschen krank macht wie sollen wir dann einfach so ein Wunder tun damit es dem anderen gut geht und dann in drei vier Jahren ist er wieder an derselben Stelle ist das ein Werk das ihr als effizient bezeichnen würdet ist das ein Werk was ihr unterschreiben würde das ist ein göttliches Werk nein nein solange wir nicht wissen was krank macht solange wir dem kranken nicht helfen können zur Einsicht zu kommen seine Not nach Gott und nach seinem Erlöser und nach Vergebung der Sünden und wie er sie erlangen kann solange sind wir auch nicht fähig zu bitten solange wir blind sind und nicht wissen woher die krankheit kommt solange wir dastehen und uns nur imaginären Vorstellungen oder Risikofaktoren uns bemühen zu erkennen wird es nicht kommen zu der Erfolgsquote die ich hier sehe dass sie hundertprozentig sein wird so wie sie in den Tagen der Apostel war als sie den Frühregen den Geist bekamen so fassen wir zusammen was wir heute in diesen letzten Versen dieses Kapitels gelesen haben es gibt ein Werk für das wir gerufen sind es zu tun und das ist ein Licht in dieser Welt zu sein das sind ist das Werk des Elia das ist das Werk der des des Vorbereitens des Weges des Herrn bevor er kommt ist ganz klar die 144.000 die Erstlingsfrucht bereitet den Weg dem Herrn vor sowohl durch ihr bereit sein in dem Wandel Wandel mit Gott durch das Auslöschen des Ichs aus ihrem Herzen des bösen Auges und durch die Verkündigung durch das Licht das sie geben als Elia bevor der Herr kommt oder wie Johannes der Täufer sie werden den Weg bereiten in ihrem Leben und außerhalb von ihnen dieses ist der das Ziel des Schriftens des Schreibens des Jakobus es ist auch das Ziel des Schreibens fast der ganzen Heiligen Schrift die Vorbereitung des Endes die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu die Vorbereitung eines Volkes das weiß was es glaubt das in der Wahrheit gegründet ist aber dafür werden wir vielleicht noch in unserer letzten Stunde Jakobus sprechen mehr das ist so das Ziel das müssen wir haben und unterwegs zu diesem Ziel wird uns der Herr sowohl den Frühregen als auch den Spätregen geben um das Ziel zu erreichen er der Landmann der lange wartet auf uns er wird das Werk mit uns zusammen zu Ende bringen so was sollen wir tun jetzt während wir in Not sind jetzt wo wir in der Vorbereitungszeit sind jetzt wo noch nicht die ich sag Tage Tage des Tage des Gerichts wir sind schon am Tag des Gerichts seit 1844 aber für die 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 Bibel gut kennen aber wir sind hier in der Phase der der Vorentscheidung aber in dieser Phase müssen wir dahin kommen dass wir durch das Unrecht klare Mittel haben durch klare sage ich jetzt mal ja Mittel um den Sieg zu erringen wir werden angeklagt zu Unrecht wir müssen unsere Zunge beherrschen aber wir müssen sie auch beherrschen dann wenn wir in der Gesellschaft sind wo gelacht wird wo wo unschöner Spaß gemacht wird wo nicht der Geist Gottes zur Freude beiträgt sondern die Herabwürdigung eines anderen dort müssen unsere Zungen rein und heilig sein wir werden Unrecht leiden müssen und wir sollten in diesem Unrecht lernen zu beten weil wer beten kann der kann den Sieg erringen weil das Gebet des Glaubens geht zu Gott und nimmt sich dein Wort und die Verheißung und führt das Ganze zum Ende wir haben ein Mittel die Psalmen mit denen wir uns obwohl wenn wir fröhlich sind die Freude der Freude Ausdruck geben aber auch wenn uns der gute Mut und die Fröhlichkeit fehlt können wir durchs Singen der Psalmen dieses in unser Leben zurückbringen und wieder voller Hoffnung vorwärts gehen und wir können wissen wenn wir krank sind dass es auch dafür eine Lösung gibt so wir die Ursache der Krankheit verstehen und mit Gott mitarbeiten damit die Ursache verschwindet und unser Herz ein reines wird und wir haben die wunderbare Perspektive dass wenn wir uns reinigen lassen wie eines Tages für diese Welt ein Licht sein können und in Anführungsstichlein Älteste sein können die gerufen werden zu den Kranken und die den Kranken aufrichten indem sie ihm die Dinge erklären indem sie ihn ermutigen seine Fehler zu sehen seine Blindheit wird offenbart er bekennt und dann kann der Weg ist der Weg zur Heilung frei und wir können beten und salben und der Mensch wird gesund werden was für eine Perspektive was für eine Schönheit die uns beschrieben ist in diesem Wort mögen wir jetzt diese Sachen sehr ernst nehmen und uns vorbereiten die Zeit nutzen damit wenn damit die Sünde ausgetilgt wird aus unserem Leben und die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen kann und wir mittendrin als Botschafter der Liebe und Güte Gottes die das letzte Licht geben können die letzte Botschaft die Botschaft des Elia der bereitet dem Herrn den Weg dass er kommen kann mögen wir mit allem ernst das verfolgen Amen Amen Untertitelung. BR 2018